Servus und herzlich willkommen. Mein Name ist Florian Beutin und ich bin Chefredakteur des Deutschen Playboy. Ich stehe hier heute auf dem Münchner Rosenkavalierplatz und das hat einen ganz einfachen Grund. Ich darf mich nämlich jetzt gleich zwischen drei Traumfrauen entscheiden. Und das Besondere, diese Frauen kann man mit einer Rose ganz besonders beeindrucken. Allerdings treffe ich die drei Schönheiten nicht hier, sondern hier. Und wie Sie sehen, sind diesmal aller guten Dinge drei. Drei Playboy-Cover mit allen drei TV-Bachelor-Siegerinnen. Und das allerbeste ist, wir haben alle drei in ein Heft gepackt. Egal ob Sie sich nun für Anja, Alissa oder Katja entscheiden. Wirklich in jeder Ausgabe werden Sie bei uns alle drei Siegerinnen in einer fesselnden Fotostrecke finden. Kostprobe gefällig? Bitteschön. Jetzt müssen Sie sich nur noch entscheiden, welche Titellady Sie mit nach Hause nehmen wollen. Sie können sich nicht entscheiden? Dann nehmen Sie doch alle drei. Esse이야! ��据! Untertitelung. BR 2018